Schönen guten Tag! Ich erkläre euch heute den Boss Instrukteur Razovius und wir sehen jetzt erstmal, das sind drei Monster, einer ist der Boss, zwei sind beherrschbar und die beiden Tanks gehen jetzt bitte an die Kristalle ran und übernehmen diese. So, jetzt fängt einer an den zu tanken, ihr seht unten drei Fähigkeiten, einmal auf der Taste 4 zum Schaden austeilen, Taste 5 zum Spotten und Taste 6 als Damage Reduce. So, ihr spielt jetzt immer so ein bisschen Pingpong mit der Aggro, weil es gibt Schlag des Ungleichgewichts. Beim Schlag des Ungleichgewichts verursacht der Boss 350% Waffenschaden und verringert die Verteidigungswertung des Ziels um 100 Punkte. Wenn das auf einen Monster gewirkt wurde, kann der andere spotten. So, dann spottet man, dann aktiviert man, so wie ich jetzt gerade, den Death Cooldown da unten, die Taste 6 und damit kommt dann kaum Schaden rein, somit kann das andere Monster wieder hochgehalten werden und so arbeitet man sich immer im Pingpong-Verfahren hin und her. Viel mehr passiert hier nicht. Es gibt nur noch das gezackte Messer, das gezackte Messer wirft er ab und an immer auf den Spieler, das macht erstmal 5000 bis 6000 Schaden und dann über 5 Sekunden, jede Sekunde 2000 Schaden. Das bitte gegenheilen, wenn man jetzt zum Beispiel ein Magier ist, auch mal vielleicht eine Mana Barrier ziehen oder ähnliches, damit man nicht so viel Schaden reinbekommt. Und ja, und dann gibt es noch den unterbrechenden Schrei, der macht im Umkreis von 60 Metern allen Spielern 4275 bis 4725 Schaden. Das muss einfach weggehalten werden. An sich ein sehr, sehr einfacher Boss, wie gesagt, spielt ein bisschen Pingpong unter den Monstern und die DDS einfach auf den Damage achten, schaut so ein bisschen auf euer Leben, vielleicht mal ein Dev CD ziehen, wenn ihr zu viel Schaden bekommt, aber an sich ist es simpel. So, ihr habt jetzt gerade gesehen, dass man auch aus dem Kristall wieder rausfliegt nach 2 Minuten. Da muss man dann schnell wieder rein und sich die Aggro holen, damit nicht auf einmal irgendwer da auf den Kopf geklopft bekommt. Ja, was dann am Ende noch wichtig ist für den 25er Modus. Im 25er Modus gibt es nicht die Kristalle. Dort braucht ihr 2 Priester, diese müssen bitte dann die Monster übernehmen mit Gedankenkontrolle und quasi das gleiche machen, was wir hier machen mit den Kristallen. So, und zu guter Letzt wurde sich in den Kommentaren gewünscht, dass ich so ein bisschen mehr auf die Arbeit der einzelnen Rollen eingehe und das mache ich natürlich gerne. Die Tanks nehmen hier die Kristalle und damit die Monster in Beschlag und tanken das Ganze, die Ranges einfach Schaden machen, die Meillies einfach Schaden machen und die Heiler den Schaden wegheilen. Bitte achtet drauf, einzelne Spieler kriegen das Messer ab, da kommt massiver Schaden rein, die schnell wieder toppen und vor allem auch an die Heiler, ihr könnt die Monster heilen. Heilt auch die Monster hoch, damit die nicht auf einmal umfallen und er auf den Raid einklopft, das wäre nicht so schön. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ich wünsche euch viel Spaß und bis dann!